Willkommen zu diesem Video vom September 2022 aus Eisenach. Schön, dass du wieder dabei bist. Hier siehst du nun alles vom Samstag Autoshow, Viertelmeile, Feuerwehr und so weiter. Erstmal einen Soundcheck. Okay genug davon, los lauf weiter. Schönes Ding. Echt sehr saftig, sieht richtig schmackhaft aus. Grüße gehen raus an die Besitzer. Schön Schrauben hier. Ich glaube, das sind alle von Philipp. Aber hier, bei meinem Honda, die Schraube fehlt und da so eine Schraube fehlt. Auch gut. Hopps. H, ein blauer Golf 1. Wow. Richtig edel. Kindheitserinnerungen werden da wahr. Ja. Du meinst die Figur? Ja. So. Schön ausgeräumt, das Ding. Aha. Steht nicht für schönes Ansovia. Hoch wie ein Bus, das passt. TT. So. Grüße an Alex und sein Kumpel gehen raus. War sehr nett mit euch gequatscht zu haben. Ja. Machila. Ja. Das ist ja auch dasselbe, du Nase. Oh, die schönen Felgen. Schön breit hinten. Oh. Mach dich dann. Das höre ist die Feuer ab. Ah hier, du hast dich ja hier umgedorgen, oder? Was? Wurde dich? Läger weg. Ja, ich hab ja hier angefasst. Aha. Ja. Was willst du anschauen? Was willst du anschauen? Dann eigentlich noch so Dinger aufgesteckt. Ja. Verweiterung. Papa? Ja. Kevin Epler. Ja, dann schau dir das Zelt an. Ja. Ah, lecker. Stehen alle an zum Freibier oder was? Lach, lach. Viertelmeile natürlich, was denn sonst? Oha, der Smart Fahrer hat Eier mit den ganzen fetten Autos mitzufahren. Ja. Ach gut doch. Wer sein Auto liegt, der schiebt. Lach, lach. Schade, dass der nicht mehr starten konnte. Ja. Ging gut, der Gerät. Wenn der Kerl hinter der Kamera weiter wackelt, muss ich kotzen, lach, lachen. Ich glaub, das ist der, der vorhin gesagt hat, hat jemand noch eine 1-8-T für ihn. Fährt auch mit. Jetzt wird's strecken. Ja. Na, hier stehen ja auch die andere. Das weiß ich doch wieder nicht, wie ich das schneiden soll. Das ist so. So viele Eindrücke, wie man hier kriegt. Das macht super. Aha. Komm schon, nachher. 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 Hallo. Ja, jetzt hat der Hetzteil nicht viel Spaß gemacht. Hallo. Hallo, das ist immer schwer, was in der Kino ist. Hallo. 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 Oha, Dominic Toretto persönlich. Ja, das ist schon ein schönes Kfz, muss man einfach mal gesehen haben. So ein Event mit den ganzen Gleichges in den Menschen ist's gone geil. Ach, das wollte ich ja eigentlich hochladen. Das Auto war dann besoffen, oder was? Macht er das wirklich da rein? Ey, ich geh kaputt. Ey, das hätte ich ja auch mitnehmen können, ich depp. Ich hab's auch von Jonas auch noch so ein Zeug gekriegt. Fein, das hier wird ja bezichtet auf 50 Liter Tank. Das Auto hat einen 35 Liter Tank. Ah ja. Ja. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ich geh mal raus. Ist doch schon leer. Passt. Das ist leer. Das muss erst mal ein bisschen wirken. Jetzt muss erst mal wirken. Jetzt muss erst mal wirken. Ja, die setzen sich mittlerweile auf die Dings drauf. Und der Camaro. Also ihr werdet auf jeden Fall erfahren, wer gewonnen hat. Also nochmal ganz klar, die Zeiten da oben auf der Anzeigen Tank sind ohne Reaktion. Die Höchstgeschwindigkeit wird natürlich auch eingeblendet. Bei den Honda Civic. Honda Zeichen vorne fehlt echt. Was? Warte mal. Heute ist ja bei meiner Flieger von Honda drauf. Du warst noch extra. Haha. Set Nutes. Haha. Na hier, Set Nutes. Da drüben müssen wir hin. Was haben wir denn hier? Ja. Fehl nicht drauf drehen. Oh, da kannst du so eine Karte mitnehmen. Na nehmt ihr doch eine. Alter, vor allem sitzen da drinnen. Na nimm doch einfach eine. Ah ja. Hey. Aha. Guck mal. Was denn? Kuckuck. Was hast du denn für eine coole Idee? Geil. Ist eigentlich aber ein bisschen ruhiger geworden. Kann das sein? Geil. Ist eigentlich aber ein bisschen ruhiger geworden. Kann das sein? Ja. Heftig. Was? PO. Was ist denn das PO? Wo? Ja, scheiße. SPO. Was soll das bedeuten? Ja. Keine Ahnung. PO? Was ist denn du hier PO? Haha. Waren wir nicht. Morgens anderen Tag. Mach? Mach. Ja, mach. Was? Komm, geh mal was mit mir an da oder? Zu was? Zu mir an da. Bitte was? Da sind wir nicht da vorne schon vorbei? Ja, da sind wir immer tausend Leute. Na so was finde ich schon wieder hier unschön, ge? Die lassen einfach ihren Dreck. 4 bis 11. Aha. So was finde ich schon wieder hier unschön, ge? Oh, die Felgen hätten auch bei mir drauf gepasst. Der BMW ist aber hasshaftig hier. Ja, die Liste ist schön lang, ah ja. Die können immer um den Omega und drum heulen mit dem V6, Alter. Ja, das werden ja immer mehr Leute. Ja. Also im Grunde genommen haben wir bei uns eigentlich, ob wir hier im Betrieb eigentlich gar nicht mehr so schlecht haben. Dann guckt da hinten wieder nach oben. Nix drauf gemacht, das Ding. Ne, da ist aber überall Ölwechsel drüber, Junge. Was hat er? Der ist über den Ölwechsel drüber. Mengenteiler Technik. Klöppchen ruhig. Geil. Geil, geil, geil. Da kommt der da rein. Da drücken wir mal, ist der Cabrio sogar offen. Ja, der kann noch ein bisschen tiefer gehen. So, jetzt kommen noch ein paar Videoclips, die mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt worden sind vom Samstag selbstständig. Ich kann mich nur nochmal bei der Person bedanken für diese Einsendung der Videos. Nun viel Spaß. Das ist was. Das ist was. Auf die Karre. Das ist doch ein Mercedes oder sowas. Nein, ich meine nicht. Hör zu, der sagt das. So, das für einen Applaus, weil das sind ja auch schöne Autos. Ich glaub das sind die mit dem Toy und äh. Das kann sein. E-32. 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 Wie gesagt. Kamerafahrzeug. Gerhard, fahrzeug. Oh! In mann dreier Baby. B-32. Und mich ist denfall auf, und dass ich leider nicht verstehe. Huch, ne�er, warte. Ich bin jetzt im Balltor für 3-4-5-5-6-6-6-7-6-7-7, Huch, ne�er, warte. Sie in die Abzug auf, und dass ich bin für den Balltor für 3-4-5-6-7-7. Und mich ist denfall auf, und dass ich leider nicht verstehe. B-32. Und mich ist den Ort für 3-4-5-6-6-6-7. Soll ich jetzt wirklich nach rechts angeben? Nein! Hey, dann haben wir die Schuhe geschaffen! Warte! Wie ist das denn? Ich habe ihn gezahlt! Okay. Oooo! Oooo! Ooooo! Oooooooo! Ooooooooo! fahr mal durch die vordere Reihe fahr mal durch die vordere Reihe Ja! Ja! Hey! Da kommt ja gar nicht los! Hey! Wo ist das denn? Ja! 3er BMW Sapu Fall Auto So dass ich leider nicht verstehe Vielen Dank für dich So dass ich leider nicht verstehe Ich hab die Bilder geschickt Obwohl ich bin hierher 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 Ich hab 300 Promille Trotzdem fahre ich schon sein Wer reagiert denn? Sexy Eine Ich bin hierher Und bleib' die Stadt Kunchah In mein 3er BMW Das Pufferlauto lass ich leider nix versteh'n Bin abgedicht vom Polizei geh'n aus'n Weg Mittag zum Mille in mein laufes Auto geh'n Das Pufferlauto lass ich leider nix versteh'n Bin abgedicht vom Polizei geh'n aus'n Weg Mittag zum Mille in mein laufes Auto geh'n Lass jetzt mal alle seh'n, wir leben so schnell Zieh'n meinem Arm die ganze Nacht, die strah'n um die Welt Ich geb' kein Zeug, was sie mir sagen, die schau'n mich fest Oh, jetzt weiß ich nicht, was ist das Pufferlauto? Hey, komm mal vorbeuui! Komm mal vorbeuui, guck mal vorbeuui, guck mal! Das ist der mit dem Weg greifen, super! Ja Schau'n Du hast das noch nicht geschlafen, aber du hast mir so zugemacht, da kommt nichts. Ich bin schon kleine Asi. Christian Walling! Da ist er! Heute eine 0,1! Jetzt geht es richtig zu Lucy ab, gleich! Das ist mein Staublober auch an! Ja, ich habe ein Staublober auch an! Nein, ich habe ein paar Zeit, dann ist die garaje Hunde! In der Mitte ist ein kleineres Schmuck und viel Teichfilme entlang der Zettel Couple. Die Geräte und Stolzkoder sind die Jungs, die der Zettel eine ganz schwierige Hunde verbunden hat und die Bezirkung entlangfonden ist. Alles eine kleine Schmuck! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe es im Mai schon mal von vorn gefilmt, das verlinke ich euch in der Infokarte oben rechts im Video Zu Fuß so spät rum zu laufen ist gar nicht so einfach Da kann man sich schon mal verlaufen, lach lach Sophia Untertitelung des ZDF, 2020 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 So ich hoffe es hat euch gefallen Bisschen spät für dieses Video aber ich wollte die Videoreihe weiterführen Ein Teil wird noch erscheinen und das ist dann der letzte Danke für das Zusehen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020